und heute stehen wir in der roblox tycoon wie ihr sehen könnt wir haben dieses spiel schon mal gespielt vor paar monaten und ja ich habe mir mal gedacht kommen wir spielen man dieses spiel weiter weil es war eigentlich im prinzip ein geiles game ich hab's aber irgendwie verloren indem ich einfach andere spieler gespielt habe und ja leider als dann vergeben habe irgendwie was zu bauen so wir können uns die eis die wir holen können ein eis die laden holen problem ist weiß gar nicht was die kollegen ja also haben wollen wild more food or clothing stores ok also wir wollen mehr essen ja dann passt doch hier die eisdiele ganz gut die will ich mir nämlich auch holen so wir kaufen uns natürlich die kasse so dann kaufen und seine bank ein menü und kühlschrank und jetzt habe ich ich habe noch geld für den sitz und die tische kann ich mir nicht mehr kaufen so ok 22.000 jogi schnell haben wir denn der geld ok gut 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 kaufen uns mal hier die tische so dein einkommen ist jetzt keine ahnung ich habe nichts gesehen eistele holt ein eis wir haben eine eistele so haben uns hier noch mal ein shop ach so wollen die wieder generelle stores also allgemein teppichladen papierladen bürobedarf bürobedarf ja es ging auf jeden fall hoch so schreibwaren und eine kasse kann ich mir noch kaufen so geil 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 jetzt haben wir sogar schon zwei neue shops einmal ein ice cream und einmal irgendwie so wahre halt einfach ja ihr wisst glaube ich was ich meine damit so was ist hier eigentlich mal gewesen geld wiedergeboten ok 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 aber das brauchen wir nicht wir kaufen uns jetzt erst mal ein display und noch mal habe ich jetzt ab hier natürlich hinter kaufen was ist ein binder egal so ach ja hier sei das riesen essen dann kann man da oben irgendwas riesiges hinbauen naja 15.000 reicht das jahre essen muss reichen dass ich vollkommen vergessen ja dann kaufen wir das ja auch gleich wir kommen eben kurz die binder so zack fertig sondern kann jetzt hier zu dem gehen und einmal die regale kaufen noch mal egal und kein geld mehr zur verfügung jetzt laufen die alle mit so einem eis rum also irgendwie sind aber die leute hier nicht ganz zufrieden mehr beauty stores oder kleidung magazine kasse und noch mal magazine und dann fehlt noch 7.000 4600 dann ist es release dann kann die leuten können die leute auch da rein so wir verdienen jetzt 391 die sekunde also 391 dollar haben und das gerade plus 13 geschafft ok so mal kurz einen kurzen cup machen weil ich kurz hier ein besprechung machen musste so ja leute ist mir sehr leid also ich habe also mein termin kalender ist aktuell so voll von discord also von einem spiel von meinem unternehmen also junge junge wir kaufen uns jetzt erst mal den bereich also falls ihr weiter wissen wollen was ich jetzt damit meine schaut da einfach mal in schaut einfach mal bei meinem disco sogar frei der link ist unten in der video habe ich aber auch immer schon gesagt da brauchen wir uns hier mal über die länder eigentlich wollte ich jetzt der links noch ein bildschirm ja warum nicht also ein bildschirm reicht nicht so pflanzen für 2800 jetzt kann man den kaufen ja so boden kaufen hat für einen boden egal so 14300 sagt so 1224 die sekunde also wir haben so viel geld gemacht ist der wahnsinn ok so 25.000 geld haben wir jetzt dollar warum sage ich immer geld ja warum steht hier eigentlich boden 3 du musst die tage 3 also kriegst dann quest also wir kaufen uns die kasse wenn wir uns hier so eine pflanze kaufen und dann haben wir eine schnapps zahl an die teppich können wir auch kaufen so eine wartestange ja natürlich wir kaufen hier alles aber sicher doch wie können die hier schon 3,1 milliarden haben wie wie können sie die alle mit mais rumlauen also lustig hat ist das ja eigentlich so ein pfeil an er ist so lichtartig wir kaufen uns hier eine treppe das hier länder brauchen uns hier sitzen eine pflanze und noch mehr sitze kaufen slurpy maschinen ja 1000 und 1000 so und dann kommen wir uns hier noch mal pflanzen haben wir unten nämlich alles fertig und dann können wir mal kurz zurückgehen ja perfekt kaufen wir uns da oben auch noch mal pflanzen hier haben wir ja wofür braucht man denn so viele pflanzen jetzt mehr warum ist die so klein ist teenager oder was soll das sein die lasten sind doch eher so teenager die sitzen da ein bisschen und entspannt sich hier in meinem einkaufszentrum blocks baster max rolltreppe so dann kann man hier hoch ok 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 wir gehen wir mal hier und sieben hoch pflanze kaufen theater kaufen ja natürlich hier noch ein kino kino sei schon theater sitze 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 ein bildschirm jahr natürlich da war auch nicht fehlen und ein projektor also ja was dann auf der anderen seite genau dasselbe und das habe ich nämlich das auch ja also zu langsam kommen wir auch wirklich ja schon an reichen sachen an ja das ist meist okay so immer hoch wir gleich wenn wir mal angekommen sind das ist ja schon ein popcorn ach so das soll er soll ich so eine art kino sein einfach ja ein projekt wenn wir so oder so schon wochen hier und ein bildschirm jetzt müssen wir auf 93.000 sparen damit wir hier überhaupt mal weitermachen können ähm ja perfekt so dann gehen wir hier mal hin und ich würde sagen ich mache mal kurz ein karton dann sehen wir uns gleich wieder wenn ich die 93.000 habe so leute wir haben die 93.000 geknageli knack knack und kaufen uns doch hier mal die rolltreppe komm und besuche mich vor deinem einkaufszentrum für deine erste quest tippe um fortzufahren ok so ja brief fortschritt level 2 von 4 mehrere kleine geschäfte haben nach der eröffnung eines neuen einkaufszentrums das von stunner gaming erstellt wurde geschlossen das einkaufszentrum umfasst 12 läden verschiedene kategorien kunden empfiehlen finden neutral über das einkaufszentrum bisher ein spieler gab an das einkaufszentrum hätte besser sein können ein anderer kommentierte ich fühle mich neutral gegenüber diesen einkaufszentrum taikon fakten einer der entwickler dieses spiels hat vor über zehn jahren während der entstehungsphase des taikon-genre ein beliebtes taikon-spielen wie der spiel war mehrfach das beliebte spiel auf roblox nach der spielanzahl und wurde aktuell über 10 millionen gespielt auch krass echt krass rot hallo sprich mit mir marty ok schieße diese aufgabe für eine neue belohnung ab also bringen mir keine zeugen wenn du fertig bist belohnung ein karten set baue fünf neue läden bringe martin ein eis ok ja das eis also sei sei wie ein and danke für das eis danke für die eiscreme so jetzt brauche ich noch auf fünf neue leben ok also geil dass es ja auch quests gibt finde ich wirklich nice wenn wir schon einmal hier sind werden wir auch kurz das geld hier mitnehmen so wir müssen nämlich hier leider eh weiter warum ist das eigentlich links ich schaue das nicht äh ja beleuchtung aufzug kann man eigentlich mit dem aufzug ja kann man kaufbereich na pflanzen kaufen und hier da kaufen wir auch nochmal geländer geländer so einen neuen laden wollen wir jetzt mal kurz gucken was die wollen beauty essen neu erkanne ich gar nicht das ist ja Mist ja dann muss ich das ja nehmen jo warum auf einmal so groß aber es hat so irgendwie trotzdem positive Dings Regale brauchen ja das kaufen wir auch natürlich 10.300 für Körbe boah 700 ey wir verdienen fast 1000 in der Sekunde naja das reicht aber nicht das müsste aber reichen für irgendwas hier zu passen zwei passen noch ok 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 Leute so wir haben die 72.000 Euro Unis und kauen uns hier einfach mal ein Regal weil wir haben nicht genug Regale anscheinend so perfekt da hinten ist noch ein Regal den muss ich mir auch noch kaufen hier und das geht sonst nicht es ist sonst zu wenig da kann ich schon den nächsten kaufen oh alles klar egal kaufen ja so kaufe Kasse jetzt mach ich doch gerne ne das will ich mich nicht holen so achso übrigens nicht wundern warum ich so viele Warbucks habe das liegt daran halt weil ich ein eigenes Spiel habe und weil ich halt auch Warbucks verdiene ne also ähm ja mit meinem Spiel verdiene ich jetzt kein Warbucks aber durch andere Dinge die sind aber ein bisschen Privat so jetzt haben verdienen wir schon 146 so wir brauchen aber 31.000 bis wir das nächste holen können wieviel wollen die die wollen immer noch mehr Kleidungsgeschäfte ja ist ein bisschen schwierig wenn man nur Dings angezeigt kriegt keine Kleidungsgeschäfte hier und dieses Essensdings hat er jetzt auch zwei mitgenommen so kaufen wir das mal so Epic Buchladen allgemein ne ich hole trotzdem Kleidung weil die Kleidung wollen hier sieht man es auch jetzt hat es nämlich erhöht müsste auch bald ändern ja doch nicht ok ändert sich doch nicht aber müsste irgendwann äh Regale ja 15 15 15 nur 15 15 plus 15 sind 30.000 ok dann spare ich hier eben auf 30.000 das heißt ich kann auch auf 540 sparen weil dann kann ich mir äh alle drei 15.000 da kosten holen so 39.000 so habe ich gerade 39.000 gesagt ich meinte äh 45 40.000 46.000 haben wir jetzt perfekt so Regale kaufen noch ein Regal kaufen und noch ein Regal kaufen so perfekt hat sogar wirklich gereicht geil 20 40 äh ja 42 45 1500 so sparen wir eben nochmal drauf so ich habe jetzt mal kurz hier auf 230 gespart also habe ich 275 dann kann ich nämlich hier kurz mal den Raum fertig machen so kommen wir mal kurz jetzt das hier alles so haben wir nämlich den hier fertig und dann können wir ja auch den direkt den nächsten Shop machen so die wollen immer noch Beauty Kleidung manche Kleidung so jetzt ist sie nämlich immer weg also es wurde hier jetzt sind sie nämlich glücklich endlich mal zack 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 so können wir da drüben auch nochmal kurz kaufen gehen was auch immer wieder kaufen können boah 43.000 Alter more beauty original stores so aber jetzt reicht das Geld gleich nicht mehr ja das reicht nicht mehr perfekt ich würde sagen wir machen den hier auch nochmal kurz fertig und dann war es das aber jetzt mal mit dem Video weil er geht schon 15 Minuten so weil ich will das habe ich das ist immer so mein Ziel ich will die Videos nicht so lang halten dann so wenn maximal 12 bis 15 Minuten halten ähm ja weil guckt wirklich jemand äh das Video bis zum Ende ich weiß es ja nicht ok wenn es euch gefallen hat dann lasst gerne mal Liken, Abo und Kommentar da auf dieses Video das würde meinen Algorithmus sehr freuen und mich auch ähm ja schaut gerne auf meinem Discord-Server vorbei der ist wie gesagt unten in der Videobeschreibung verlinkt doch zum Traum auf den Tag aus einem Tag ja es ist nur ciao ciao ciao